Und damit herzlich willkommen zu einer Folge Battlefield 3. Mit mir dabei ist der Patrick, der schon hart angeschossen wird. Jo. Wie man sieht, hier, nimm mal kurz Leben. Ja, dann warte. Dann komm los. Lass mich in Ruhe. Nein. Nein. Ich spiel hier. Aber es wird ein Wettel da. Was dumm soll das denn, äh, mit dem Medic? Patrick, du brauchst Leben, aber ganz gewaltig. Komm mal rum. Komm mal schnell rum. Kuppel, ich rette dich. Ich will die M4-1-A1 hier. Mensch. Hallo? Ich mag die Russen. Sag das nicht zu laut. Die hören mit. Hallo? 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 Ich sehe hier noch einer. Oh, da. Ich schieße dran vorbei. Genau. Aua. Hinter dir. Mhm. Mach mal mich leben. Jo. Mein Kumpel. Oh, hör doch mal auf. Ganz ehrlich, das ist doch nicht dein Ernst. Du brauchst Leben? Jo. Auf hier erstmal mit dem Defibrillator rum. Lass mal da hochgehen und spawncampen. Schon ein bisschen. Ja, die spawncampen dann aber auf der anderen Seite. Oder die spawnen dann hinterher irgendwann auf der, äh, auf der anderen Seite. Wenn wir hier sind. Tun sie, glaube ich, schon. Mhm. Ich hab keine Kanaden mehr. Verdammt. Oh, da unten kann ich einen wiederbeleben. Mein Kumpel. Wow. Wow. Alter, wo kommt der denn her? Soll ich erstmal heilen? Zum Anschlag. Aua. Hör so, hör so, hör so. Hinter dir. Oh, oh. Äh, hinter mir ist ein blauer Land gelaufen. Ich trimm mich um und schieße erstmal. Alter. Lass ich mal, wenn ich aufnehme, Alter, gib meine KD wieder nach unten. Ne, das ist auch toll. Äh, du hast noch gar keine KD. Doch, 0-1. Naja, vielleicht krieg ich gleich wieder 35-12. Jetzt leugne das nicht. Hatte ich wirklich. Geh weg. Du hast mein Kumpel getötet. Du bleib stehen. Du renn besser weiter. M5K nimmt er. Boah. Alter, irgendwer schießt hier. Alter. Ich glaub, er ist später. Scheiß, Sniper. Patrick. Hat, glaub ich, keinen Zweck, oder? Ne, der hat mich voll weggenutzt. Alter, der hat aber auch... ...ne Wumme. Hat er dem alle die M5K? Ist überlegen los. Scheint ja wohl gut zu sein. Oh! UMP Service da. So läuft das. Jo. Die nichts gesagt haben. Die alle spielen mit. Schöne Grüße nebenbei. Braucht Leben, ich brauche Leben. Ganz viel Leben. ...neue Gom Saf Beyượbe. Ah, tut es. Tschussi! Wir müssen wir jetzt sogar für den Rấtinnen hier haben. Oih. Der hat 10 Punkte der F Yingbekan. da kommt eine mit so lang strecken kill mit der ump die stärker geworden oder sind es mehr wir sind einer mehr eigentlich und ich bin letzter von wem ist das dein ist dein handy oder meins gerade in der leitung dann war es da und zwar bei mir war rechts das ist gerade nicht meine runde 0 4 glaube ich ebenso gut oben auf dem kran ok double kill vielleicht kommt es jetzt ja das ist mies die christi auch kaum runter die ak su ist ja gut sofort zwei visiere frei gespielt ja hätte ich gar nicht gedacht m5k ist m5k level 100 habe ich finde ich habe die auch schon ach so klar laserpointer ja toll laserpointer freigespielt ja der bringt auch jetzt so viel ja geht er macht nichts außer lasern kannst du mit cds brennt da ist mit der sks hier rumlaufen wollen sie doch mal sehen hier was davon haben sich mit mir anzulegen was hat sich gerade gebessert fliegt einer mit der marf umher also ich sehe keinen hier siehst du mich ich hatte ja die ganze zeit nur der ist nicht auf dem kran ist irgendwo hinten ja ich war da nämlich gerade in der nähe ich dachte wer auf dem kran wo ist er denn dann weiß ich nicht genau die sks bringt sie auch in den raum spiele ich eigentlich noch weil aufklärer was frei ich glaube nicht um sich gar nicht auf klärer zu spielen doch auf dem kran ist einer hast gesehen ja hab ihn gesichtet aber ich kriegte nicht so gut was auch manche wie viel leben die haben ja aber gefühlt ist es irgendwie nicht dass die alle aushalten einfach 20 schüsse auf dem kopf älter muss irgendwie die leite da oben auf dem kran bekommen da ist einfach mal stehen geblieben naja wieso auch nicht nur kommen ja mal machen hat ist kurz afk ist das so stimmt das ist ja nichts ja und ich bin hier gerade bf einfach so aus jux und dalerei habe ich mir mal gedacht ich musste mal eine tour zu machen es kamen menschen das kommt so vor kennt man ich kenne keine menschen ich auch nicht zumindest wollte ich nicht ich finde steine sowieso viel cooler ja 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 sagen sie dann alle und dann haben sie lange schwarze haare ah schön ist wieder einer auf dem kran ich hab ja ja zwei vielleicht ich häng mich mal daran SV 98 ich seh grad so du musst dich mal haben versuch die mal zu taggen für mich so vielleicht ich bin dabei oder versuch mal mein spawnback so bekommen und dann da irgendwie drauf ich hab dann ach so nee nee ich sterb grad nicht ich hab grad 9 9 nee ich sterb grad nicht ist ja schön dass du das so einfach sagen kannst würde ich auch mal so gerne nee heute nee jetzt sterben wir nicht okay danke du beherrsch mich mal ich bin grad gestorben okay gut ja du hast die spawnbacke unter dem kran gestellt dann fliegt man nicht auf den kran dann spawnt man unter dem kran sehr schlau ernsthaft ja du musst die freiluft stellen nee meistens äh also sonst war das immer bei mir so ja nein doch 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 merkste ja versteht die vielleicht jetzt mal einen millimeter weiter woanders jetzt klappt es nicht mehr Mist 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 kf-Lowig warte brauche ein Sanitäter brauche ein Sanitäter brauche ein Sanitäter brauche ein Sanitäter tot ja genau versuch die mal woanders ne ich spawn immer drunter aber cool ich bekomm jetzt mal spawn bei mir oder so ja versuch irgendwie die spawnback da oben wegzukriegen von denen die haben da oben ja eine hingestellt genau pass ich dort drunter so ist weg ne von backen noch nicht aber er mhm ist aber blöd Mist ich glaube ich werde auch noch snappen und mache so ein bisschen Spaß ich mache so ein bisschen Spaß ein bisschen Spaß muss sein äh m39 m39 oh verdammt ich habe doch viel schneller abgeschossen ja man spawnt drunter cool direkt bleib mal da stehen genau hier hin yo das war mal da ach so ich wollte schon sagen schießt du auch mit der SV 98 ne m39 m39 eher oder so die spawnen immer noch da oben es sind gerade zwei von da oben wieder gespawnt jo 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 ist ja nichts neues ne da fliegt die ganze Zeit mit der Morph rum scheiben da ich ja so guter snapper bin treff ich die Morph auch die Morph ist weg suppression ribbon schön für dich ja ja aua versuch du mich mal zu decken oder so scheiße ähm die am hinten ist raumbeck da kommt sie dran von der seite muss da dran ja wenn überhaupt ja ja ich weiß ist meine ist ja auch weg das ist auch ein Traum ey müssen wir da irgendwie da runter bekommen sniper auf dem kran hab die spawnbeck fast weg fast weg ja du musst fast du musst aus dem kriegsgebiet laufen dann kommst du da dran ist weg fuck aber er sieht mich auch das ist ein bisschen dumm also granate komm ich bis da oben jetzt lasse ich es wieder äh welches spawnbeck ist das meine yo besser geil perfekt nein der Wind du kannst gegenlenken mit S FDX zurück mit FW sauschnell nach vorne ja hat aber gerade nichts gebracht ist ein bisschen doof Heli-Steuerung äh Heli vor allem naja das ist mir schon klar 98 hm hab ich ja eigentlich auch oder sie ist besser super ja ich bin mit Granate hochgekommen einmal bin ich hochgekommen der müsste jetzt erstmal weg sein oder auch nicht alter aber es sind einfach mehrere die sich verstecken ist wahrscheinlich so das gerade wieder mach du mit deiner Morph nee ich hab keine Morph fliegt gerade unter achso nee hinter mir steck mich mal ich snap hier äh ja komm weiter vor du Penner so so ich pack meine SV weiter der hier mit dem Dings Zweibein ja ja ist nicht das so gerade nicht so blöd müssen wir hier mal kurz so schön machen ja da kommen wir natürlich nicht hoch genug was so mhm da hab ich mir auch gerade gedacht ich glaube die da noch drauf also ich hab einen der gerade drauf landen wollte gekillt mhm ich weiß nicht ob da noch welche drauf sind kann ich aua nicht gut beurteilen also nach einer Spawnbag sieht's da oben drauf nicht mehr aus sonst haben wir die wirklich ganz weit da drunter platziert ja da guckt hier mit seiner Morphsicht das an oh Wasser Shit was big fail bin im Wasser gesandet ja ist meine Spawnbag gut platziert ne zu weit zu weit doch doch ich stehe oben ich stehe oben ich bin oben ich kann aber nicht bei dir spawnen mach oben das Spawnbag hin bin dabei ja 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 schlau 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 es funktioniert nicht es funktioniert nicht jetzt war gut da nehme ich die M39R ja und dann direkt oben drauf geil perfekt ich stehe erstmal hier oben jetzt sind wir genauso kran noobs ey da kommt einer mit der Morph fand ich die Morph er hat uns gesehen mit der Morph ohne Zweifel kann die Morph schießen nie ne ne aber taggen laser taggen irgendwie sowas an irgendwas mit was mit was mit der Waffe bist du eigentlich hier oben äh M39R äh M39R die ist besser als die SK das war die ein genaueres wie sie hat ja ich benutze die SV 98 was ist hier grad explodiert meine Tux du hast gerade meine Tux zerschossen oder so ich hab nichts zerschossen hier ist ne Morph irgendwo ja hier war grad ne Granat irgendwo ich hab jetzt das Spawnback ähm zerstörungssicher aufgestellt zerstörungssicher ja woher weiß denn das äh weil ich die oben in den Kran reingestellt habe sie hängt jetzt so halb drin uäh das hab ich ja auch versucht hat nicht so ganz funktioniert du musst das oben auf die Plattform stellen ok wissen Mensch triffst du den auch nicht da hinten ne auf der Brücke ey wir haben auch die Nerven da hinten geh fahr mal weg hm mhm hab ihn haaa Granat ähm was Raketenwerfer ne ne haa der ist oben bei uns gespawnt fuck fuck schnell schnell hast du nicht gekriegt oder doch ich hab auch einen gespawnt bürger da fliegen Granaten alter eine nach dem nächsten fuk 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 du bist auch tot mkf mord ist hier gut äh äh relativ boah kann man nehmen ne kann man muss man nicht sofort einen weg ich hab jetzt die AKS gerade ne ich hab jetzt noch mal ja bleib das ist nur erst wieder ist nur erst wieder da hochkommen warte du hast kein Leben äh ist mir egal ich halt schon grad mal frei so ein bisschen egal egal ja scheiß Shotgun das ist auch nicht witzig mhm Zubehör Frontgriff ok es wird immer besser hä äh AKS da hatte ich ja noch gar nichts für mhm bei SCAR hab ich schon Frontgriff aber die ist eben trotzdem noch verzieht die Übel ach scheiß drauf ey ich lauf jetzt wieder mit der OMP schaff ich ja gar nichts ach Mist ich hab ja gar nichts runter jo verloren nein bei mir steht gewonnen 17,19 19,20 verdammt naja das war's mit BF ich ja tschüss Kommentare Funktion ja ja tschau willst du auch noch was sagen? ne 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 wir sind alle deprimiert wir sind alle deprimiert